so hallo leute und willkommen zu einem weiteren let's play ich versuche hier diesen na los zeig dich irgendwie will es jetzt nicht der dungeon sag hier haben diesen verschlagenen vampire probieren allerdings muss man dazu sagen dass ich ihn wahrscheinlich nicht schaffen werde weil ich zwei stufe 18 bin das heißt zwei level über ihm aber ich bin hier ja non-pilz und habe somit ziemlich schlechtes equipment wie ihr hier auch sehen könnt ich meine ja total veraltet der stab ist auch richtig schlecht aber naja ich werde trotzdem hoffen aber ohne kritz von mir und mit kritz von ihm und jetzt ist er doch da und ich habe einen richtig geilen stadt gefunden wow damit ich nicht gerechnet die welt natürlich nicht benutzen mache gleich mal einiges mehr schaden und kann den natürlich verkaufen halte ich den lack jetzt kann ich auch gleich meinen arena kampf zeigen gegen den da jetzt nicht unbedingt nehmen aber gegen den bestand ist der gleiche ich habe keinen plan gegen wen kämpfe ich jetzt immer sollte ich locker gewinnen durch diesen neuen stadt sehr gefällt mir echt und ja da hatte ich mal richtig ganz gut bei den banschens zu kommen auch gleich mal richtig viel ehre wahrscheinlich auch dazu auf dem griechenland server ja ich mache jetzt noch meine restliche alle fertig und ja danke fürs zuschauen und bis zu den nächsten videos tschüss tschüss